Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Warlock 2 The Exiled, die nächste Runde, Folge 6 müsste es jetzt schon sein, glaube ich. So, wir waren stehen geblieben hier bei den irren Bauern, die natürlich immer noch hier rumlungern, muss ich ehrlich sagen. Und wir waren, wir hatten Held als letztes gekauft, wenn ich mich recht erinnere, genau, angeheuert. Den würde ich auch mal da durchschicken. So, nächste Runde. Mist. Oh, die haben uns wohl erlebt. Kein Glück. Ihr werdet mal kurz den Siegler hier auseinander nehmen. Danke. Wer die? Mein Gott. Gibt es ja gar nicht. Ihr geht mal kurz in die Stadt zurück. So. Ihr schießt auf das. Tja. Tja, tja. So, den Held weiterschicken. Angebot, was für ein Angebot? Eishakal. Frieden schließen, dann kriege ich Gold und Schattenschlag. Boah, machen wir erst mal. So, ich habe erst mal ein bisschen Ruhe. So, nächste Runde. Ach, der, der geht mir mal auf den Sack. Joa, frier doch ein. Toll. Keine Ruhe, da kann ich sogar plus für. Plus Kohle. Cool. So, wo sind die denn jetzt hin? Die Bauern. Hä? Ah, da sind sie. Blank sound, take it! Da wollen wir aber nicht wegrennen hier, ne? Freunde der Sonne. Wo komme ich denn dann da hin? Da muss ich mal gucken. Ach, da steht jetzt auch noch ein bisschen drauf. Ihr Schmutzbuckel. So, wollen wir mal hier durchschicken. Genau. Der kann dann auch mal da in die Richtung schon mal. So. Geister kann ich ja noch nicht bauen, weil der... Naja. Ach, Vincent, die war halt nicht viel, auch sehr gut. Hey, da sind die abgehauen. Ich glaube nicht. So, durch das Portal kommt sowieso jetzt gerade keiner, weil ich da stehe. Oder bin hier. Aber wo kommt man denn hin? Ja. Okay. Jetzt sind sie tot. So, wo bin ich denn jetzt hier? Vergessene Welt. Okay. Weltgröße, winzige Monster greifen an. Ja, ja, die kommen gleich sowieso zurück. Ja, richtig geht, dann soll er gehen. So. Das ist mir doch egal. Jetzt soll er da bleiben oder der Pfeffer wächst. Ich denke mal, der Krell, oder wie der heißt, Krell, der wird wohl hier durchkommen. Guck mal. Oder von da kommen. Das heißt, wenn ich dann ein paar mehr Einheiten habe, werde ich mich auch da mal blicken lassen. Oh, hier klingt ja mal Schaden. Na, zurückkehren. So, da ist schon mal gut zu wissen. Dann kommen da wohl die Monster her. Denke ich. So, erforscht. Ah, das ist erforscht. Sehr schön. Dann erforsche ich direkt hier Landschaftserhebung. Und dann werde ich halt mal hier gucken. Wo ist das? Die Landerhebung. Der müsste ja theoretisch dann. Achso. Anderes Land. Genau. So geht das. So, und dann hier. Das kann ich immer noch nicht benutzen. Das heißt, ich muss wohl noch eine Mana-Zucht bauen. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist dann eine Mana-Zucht. Doch, ich kann doch gar nicht holen. Was hat das echt eine Mana-Zucht? Ich werde mal kurz nachgucken. Doch, Mana-Zucht. Genau, und danach kann ich Mana-Gewelbe und so weiter bauen. Gut. Dann brauche ich eine Mana-Zucht. Doch, hier. Sehr schön. Na gut. Na, guck mal mal. So, die sind jetzt. Oh, ich glaube, den müsst ihr jetzt durchkommen. Ja, gut. Ja, was will er denn jetzt von mir? Mach keinen Stress, ja. Dann kriegst du Ärger von mir. Eigentlich bin ich ja... Ach. Was soll's. Ich habe ein Vampir anwesend. Ist ja auch platt gegangen, ne? Ach, Münze. Plus 100%. Dann bauen wir das auf die Eiswelten hier plus 20%. Dann sind sie nämlich plus 120%. Haha. Sehr schön. Äh, bau du auch mal so ein Schrein. Dann müsste ich eigentlich auf 10 kommen. Mal gucken. So, nächste Runde. Mal gucken, ob ich jetzt sowieso. Nix. Toll, sowieso. Was wollen die? Ehrlich gesagt. Das nervt. Weißt du, was? Ja, krieg hier der... So, den Ruf hier, mit seinem Sieler. Weg mit dir. Sind das hier? Krieger. Weg. So, hier. Du bist auch direkt. So, du bist mal da hin. Schießt mal da vom Wasser runter. Danke. So, und du. Gehst mal da hin. Dann schießt die da ab. Danke. Was wird das denn hier? Will er mich hier überlaufen, oder was? Komm mal dahin. Nix ist. Hahaha. Nix. Fehl der Boss. Hallo? Hier. So, ein Pfeil, also tot. So, wie das. Hier, Schmutzbucke. So, wo wollt ihr hin? Ihr wollt wohl nicht fliehen, ne? Freunde. Hahaha. Ihr wollt doch wohl nicht wegrennen. Entschuldigung. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Wie man hört. Aber das soll mich ja nicht auf und abhalten, Videos aufzunehmen. Für euch. So, Erfahrung im Zug. So, du stellst dich mal da hin. Falls da wäre ich auch unter Kontrollen und Sieler angefahren. Ach, mein Freund, mein Freund. Da wäre ich nicht hingegangen. Ehrlich gesagt. So, dann mal den Sieler da oben hauen. So, ihr geht dann auch mal hier hin. Du gehst auch. Ne, du bleibst mal da. Ne, du kommst auch hin. Erfahrung ist immer gut. So, ist jetzt das Gebäude eigentlich schon fertig da oben. Immer nach Zucht. Nein. Noch nicht ganz. Nächste Runde. Was ist das jetzt schon wieder für ein Zauber? Ödland ist das, glaube ich, oder sowas. Gut, das interessiert mich nicht, dass du weit genug weg bist. Boah. Hohm oder Tod? Oh, was sind die denn? Wo hat er denn? Ach, da oben hat er den gemacht. Ebenen des Todes. Aha. Okay. Äh, wo sind die denn? Wo sind die denn? Ja. Ist natürlich toll, wenn ich nicht weiß, wo die sind. Was ist das denn jetzt hier? Keine Seherweise? Nein. Ich dachte, hier müsste der sein. Wo sind die denn? Ach da. Oh, toll. Ich komme jetzt da hin. Gut, dann zieht mal ein bisschen zurück hier. Da hin. Den hält ich mich auch mal mit. So. Den nehmen wir auch mal zurück. Und ihr bleibt so lange da. Weißt du, deswegen? Ach, das ist so gut von mir. Ich habe noch viel Zeit left, so sieht er aus. Was ist hier los? Skelett Scharfschütze? Ups. Die können natürlich jetzt Immunen... Ne sind sie nicht, ein Glück. Oh, die können aber was. Muss ich ja mal sagen. Oh, die sind Immunen gegen irgendetwas. Uh. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Ja, da sind natürlich jetzt die. Höchstwahrscheinlich. Die Hibana-Zucht ist immer noch nicht fertig, oder? Ne. Aber ich kann die Geister noch nicht bauen. Kann ich sowieso nicht, weil ich sogar die Kohle dafür habe. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich jetzt. Oh, das ist ganz schön scheiße. So, mehr Schaden. Neue Einhand. Ja, ist mir schon klar, aber ich habe zwar nicht Geld dafür. Leider. Der holt ab. Nein, er schießt. Aber wenigstens machen die nur 5 Schaden. Huh. Noch mal ein bisschen auf den da schießen. 12 Schaden. Sehr gut. Ja, du auch. Da sind wir froh, es gibt Einheiten, die sind dann gegen andere Einheiten besser. Wie man da sieht, der macht nur 5 Schaden an den. Und ist dann Immun gegen irgendetwas. Äh, gehen wir da hin. Dann wird es auch mit da kämpfen. Und einer reicht dann erstmal. Ich will jetzt Scharfschutz nicht angreifen. Gut. Oh mein. Ah. Sehr gut. Dann wollen wir noch die Landschaftsabsenkung machen. Und jetzt werden wir mal kurz zurück. Ich hätte neun Ritter. Nahkämpfer. Kampfritter. Ja, die kosten aber jetzt gerade zu viel Kohle. Und das will ich jetzt gerade nicht. Und dann werde ich hier mal nicht fruchtbar machen. Landschaftserhebung. Genau. Dann kann ich nämlich... Ne, das ist ja doof. Wenn ich das mache. Dann werde ich doch wahrscheinlich Berge haben, ne? Dann machen wir doch einzelne. Fertig. Landerhebung. So. Machen wir da mal. Und dann machen wir gleich mal weiter. So. Scharfschütze. Alles klar. Aha. Das ist gut. Ja. Du. Chris. Hm. Resistenz. Resistenz ist immer gut. So. Nächste Runde. Daher kommt noch welche an. Ich glaube nicht. Was ist denn hier? Ihr Hündchen. Aber ich glaube der ist gerade gestorben, oder? Ich habe da Lichtspiele gefunden. Ihr konntet alle Todesspiele vernächtigen. Oh, wieso eine Untoten ist vorbei? Ja, dann sehe ich. Wo denn? Ja, ich mogen den Todesschaden. Ist klar. Könntest du jetzt mal sterben da? Danke. Achso, die machen Todesschaden hier, glaube ich. Das sind jetzt Dämonen. Ja, der ist nicht wieder gekommen. Da ist auch nichts. Sehr schön. Oh, hier. Gucken. Ja, die sind da unten immer noch. Das Problem wird nur sein, ich werde die mal eben nicht kaputt kriegen. Mal schauen. Ich glaube nicht. Zu wenig gelte. Ah, jetzt kommen die schon auch mit Geisterschiffen. Das haben die auch schon. Hey. Was? Erfahrende Forscher. Die Forscher haben eine. Aber wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Investiert einen Teil eures Reichstums in... Forschung. Ja, mach doch. Alles klar. Fliegender Geileos. Die sind auch richtig stark, die Dinger. Ja, oder auch nicht. Obwohl die höhere Version davon ist halt, glaube ich, die so ziemlich stark sind. So, auf den da schießen. Ein bisschen. So. Geht da drauf? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Dann gehe ich mal da wieder zurück. Und schießen wir da wieder auf die Diebinnen da. Danke. Okay. Haben die sogar überlebt. Das gibt's doch gar nicht hier. Wat frech? Achso. Falsche. Falsche Welt. Frech sind sie auch noch. Boah. Das ist ja, ne? Da hab ich ja jetzt richtig mit gerechnet. Wohl so geht eigentlich. So stark sind die gar nicht. Ich hab mir gedacht, die sind stärker. So, wir wollen mal ein Stückchen näher gehen. So, Gebäude errichten kann ich. Da. Dann werde ich hier mal... Mal... Es hat der Hafen, wo ich die... Die... Die Galen... Ne, kann ich nicht. Das sind die nicht. Ich glaub, die kann man auch nur in der Dingens bauen. In der... Ähm... Ja. Genau. Ich hab auch nix, wollte ich hier irgendwie da aufbauen. Wenn irgendwo, ne? Ne. Dann baue ich doch hier... Ne... Ne. Ich baue hier auf Geld. Geld ist wichtig. Geld ist ganz wichtig. Momentan. Habe ich irgendwas da? Plus 50%. So. Da kommen ja noch mehr. Schneejungfrau. Wo kommen die denn her, hier? Schneejungfrau. Hm. Nicht schlecht. Äh... Du baust bitte... Wer ist Skelett-Veteran? Das weiß ich gar nicht mehr. Wie kann man die eigentlich nochmal bauen? Die kann man doch auch nur bauen, wenn man... ... Friedhof und Überskulende. Genau. Wie krieg ich das übrigens? Achso, da. Schmiede. Aha. Friedhof, Schmiede. Okay. Guck mal. Friedhof. Ran. Okay. Ach je, geht mir doch auf den Zeiger hier. Die gibt's ja gar nicht. Ach, die kommen jetzt auch noch. Ach, die haben doch so überlebt. Glaub's nicht. Ach, ihr... Ihr Lillanen. Kriel. Kriel, das Bösschen. Lass doch deinen Einhandmaler weg. Schmutzbuckel. Deine Krieger. Krieger, Krieger, Krieger. Genau. Also ich... Nein, ich möchte nicht da durch. Ach, da ist ja auch noch ein Portal. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Mal gucken, wo ich da hinkomme. Ah, Schneejungenfrauen. Ja, schade für euch. Hm. Ärgerlich. Tut mir zwar leid für die Schneejungenfrauen, aber... Was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Wie greift man die weiter an? Wird natürlich jetzt mega viel bringen wahrscheinlich. Die ganze Zeit. Weil die Skeletbrunsche sind ja eine wahre Pracht hier. Wo wir da ein Feuerball drauf schießen. Da unten sind auch noch Skelett wirkliche Veteranen. Boah. Warum denn die Veteranen, ey? Die sind scheiße stark. Das ist zum Kotzen sind die. Da noch mal ein Feuerball hier drauf. Hab ich ihn besiegt? Ja gut. Magie, Hass, alles klar. Ich hab ein Verhältnis zum Gott gekriegt. Das heißt, ich müsste doch eigentlich... Genau, ich kann diese Runde des Schutzes... Forschen und Skelette beirufen. Das ist auch nicht schlecht. Aber erstmal forsche ich das. Ja, ihr würdet sowieso jetzt sterben. Als... Wenn ich gegen Veteranen... Das schafft ihr nicht. Oh, ich hab ganz viel Geld. Ich kann mir Geister leisten. Gut. Ach, jetzt hab ich die andere Seite gar nicht... Doch ruhig holen. Ja. Mal sehen, glaub ich doch, die sterben jetzt. Ach du! Nee, nicht schon wieder! Ach, kack mit dem Wasser da! Was ein Schmuck, ey! Das gibt's ja gar nicht. Geht ihr mir auf Eier, ey! Wart fein von, achso. Ach ja, das ist ja jetzt Todesschaden. Ja, ja, ja. Oh, da kommen sie schon wieder. Die Lillanen. Gibt's ja gar nicht hier. Weg mit dir. Hier, geht mal bitte da hin. Und dann macht aber immer die... Jungfroder kaputt. Komm ich da noch dran? Nee, ich glaub nicht. Nee. Dann tue ich jetzt auch mal kurz... Na, du bleibst hier. Du bleibst hier. Freundchen. Na, ja. Großer, ja. Was? Okay. Oh. Cool. Ich hab rein Zeitstein bekommen. Das, ähm, verringert die Wirkdauer auf den Zaubern. Die, ähm, ne Wirkdauer haben. Gibt's ja auch. Dann haben wir einen... Zum Beispiel einer hat zwei Runden oder sowas. Gibt's alles. So, dann wollen wir mal die... Die eisernen Jungfrauen hier. Ach, da so ein komisches Ding ist da. Schnee-Jungfrauen. Bungalow. Dann wollen wir den wollen wir doch mal besuchen gehen. Ein bisschen. Die Geister sind noch nicht fertig, ne? Na gut. Will ich mal wieder eine Landerhebung machen hier? Ist natürlich eine wahre Frage, wenn man dann hinterher gehen muss und die ganze Zeit das Wasser da weg machen muss. Aber... Was will man machen, ne? Leider, leider, leider. Muss man das machen, weil ja irgendwelche bescheuerten Großmagier hier meinen, mich zu ärgern die ganze Zeit. So. So, du schießt die mal bitte weg jetzt. Dankeschön. Du darfst das still, du auch. Alles klar. Die Sonne. Oh, da kommen sie schon wieder. Gibt's ja gar nicht. So, dann schießt die mal bitte ab. Sehr gut. Ich glaube in der nächsten Runde werde ich dann mal Angreifung gehen. Denn ja doch schon ein bisschen. So, du wirst mal hier den Schnee-Bungalow da weg machen. Ne, andere. Andere. Hier. So. Die Hebung wieder. Erstmal. So. Dann machen wir erstmal ein bisschen Bauplatz hier wieder. Und meine Geister sind fertig. Sehr, sehr cool. Da kommen sie. Da kommen sie. Die sind richtig stark. Die machen 13 Schaden zwar nur, aber die sind immun gegen Nachkampf, gegen Fernkampf, gegen Tod. Das 1, wo man die angreifen kann, ist Magie. Was ist das 1? Soll ich den anheuern? Naja, da habe ich immer noch zu wenig Geld, ne? Ja gut, ich kann mit denen ja sowieso jetzt nicht. Mit den Geistern könnte ich glaube ich auch nichts machen. Weil die ja immun gegen Tod sind. Ja. Schade. Naja. Aber, das war doch schon wieder mit der Folge. Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Nächstes Mal gehe ich dann auf den Krill mal besuchen, na? Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.